Die sind aus mit Mechanikern eigentlich. So, sicher wahr. Wie viele Leute soll ich denn da für die eine Stelle? Ja, da ist das schon verknattert. Und der Anbau, wo ist der? Wo ist der denn hin? Ja, der auch. Irgendwas cooles Bauen. Ein Jahr haben wir noch Zeit. Hm. Hm. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Natürlich würde ich darauf reagieren. Natürlich, natürlich. Oh, der wird jetzt nur dahin und her. Warte, mir nicht kippen. Ein Jahr noch. Ein Jahr noch Zeit. Da habe ich Zweige nicht bekloppt. Nur noch 17. Da steht noch gar nicht mehr so lange. Da steht noch ein bisschen. Da steht noch ein bisschen. Da steht noch ein bisschen. Oh, ich weiß. Oh. 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 Warum habe ich nicht gerade gesenkt? Aha, nicht weit genug. Auch gut. Den Rest muss man so machen. Ahem. 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 Achroll. Ahem. Ahem. Was hab ich denn in den Kopf gemacht? Es hat doch noch... Die ist voll. Da stehen sie immer an. Er hat sich in den Kopf gemacht. Die sind sehr stark dabei. 1.500, es sind noch 300. Muss ich jetzt doch wieder zittern, ey. Muss ich jetzt doch wieder zittern, ey. stehen bei beiden geistert das ist erstaunlich finde ich ja 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 Ah, ah, ah. So, jetzt müssen wir hier sehen, ob das zieht. Also, an Locken mit kostenlos Kaffee und Essen. Und das Restgeld, was wir jetzt sammeln, das müssen wir kriegen. Äh, was wir jetzt kriegen, müssen wir sammeln. So, wir haben eine Companion. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020